äh Danüber könnte ich, ne? Das Ding ist dahinten Oh Rein da, rein da Bin ich da hergekommen? Ah fuck, da ist das, wo es zum... War da unten irgendwas? Oh, das schaut gut aus Chipsatz Potenzialisator Psycho-Vibrations Oh mein Gott Okay Ja, das ist mir schon klar, ich war so ne Bies weg Warte mal, nur mal schauen, was haben wir denn da noch dabei Ah, gegen Strahlung, war mir klar Ah Nein So ein Dreck So ein Dreck Kommt So ein Dreck Die Der 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 Achso, hier sitzt die Simulation im Prinzip im Arsch. Nein, mitnehmen. Oh ja, ist ja gut. Na ja, wollen wir da zurück. Na ja, haben wir sogar die scheiß Blutspur. Warte mal, Tutorials. Rohrzange, MP-Ladung, Nullwellen, Recycler, schlagentürliche Kombos. Zeitschleife, Begleiter, Beschädigungsstufe. Traumata? Nein, nicht Favoriten. Schadensanführen zu schwerwiegend Traumata. Traumata zur Hallensuche, eine Medizinoperator auf oder verwende eine passende Arznei. Ich weiß doch, was ich hab. Status. Gerinnungsgel. Geil. Typhon. Elektrostatischer Impuls und Maschinenkontrolle. Können wir uns ja noch ein bisschen sparen. Ja, das ist das Problem, wenn wir zu gründelig aufräumen. Da fickt einem das Spiel dann total. So eine Scheiße. Wobei der Name immer noch cool ist. Waldschnäpfe heißt das Ding. Du 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 du. Ich hab keinen Typhon entdeckt. Rwärmer. Vitalwerte kritisch. Ich müsste dahinter Oh scheiße Du hast nichts gesehen Ich müsste wahrscheinlich die zwei umbringen Was soll denn der Scheiß? Oh scheiße Hat er es gehört? Oh scheiße Ok, 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 da war nix mehr drin. Das war uns fürproof Umspann, in 5.70 Uhr! Und dann nochmal mit werfen. inden kunst da starten. Oh oh Da unten ist er Wer ist hin? Ist das Ding jetzt offen? Nein, warum nicht? Der muss nicht der weg oder? Du wirst mir so erzählen, dass der weg muss Kann ich ein Medikit einfach jetzt nehmen dafür? Natürlich nicht Und es zieht mir natürlich Energie ab, war klar Und der muss jetzt natürlich hier auch die ganze Zeit rumrennen da An der scheiß Stelle Ja, der Medikit aber komplett umsonst Aber da hinten ginge jetzt weiter Moonworks Das wird jetzt übrigens eine Doppelfolge sehe ich gerade Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Einer Clueladung Ich müsste ihn weglocken Lalalalalalala Also einfach was unter schmeißen kann ich scheinbar nicht Doch tatsächlich Ja ich kann durch Ach das darf nichts in der Nähe sein Dämliches Arschloch alter Könnt ihr es schaffen? Ich könnte es schaffen Da ist ein Shuttle Ja Nein das wechselt nur das Gebiet oder? Oh verdammt euch scheiße Sehr geil Aber das Das Man muss erstmal drauf kommen Dass man das so und so macht Und dann den weglocken muss Gut zu wissen Dass die nur Dass die wenn in der Nähe sind Scheiße sind Aha aha I like it Aha aha Ja 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 Drecksvieh einfach weglocken Und dann passt die Sache Deswegen kommt es immer darauf an, ob es ein Gebiet ist oder ein großes Gebiet. Hätte sich gerade irgendwie schwachsinnig angehört, aber okay. Ihr habt bestimmt schon verstanden, was ich meine. Do you know what I mean? Ähm, oh, fertig. Achso, ja, stimmt. Ladebalken nach dem Ladebalken. Die drei vier schönen Vierecke, sie drehen sich im Kreis, hoch, rechts, runter, links, so rechts, runter, links, so rechts, uäh. Guten Tag, Pythias. Das Basketballturnier letzte Woche war ein voller Erfolg. Die Lunatics haben gegen die Kraters gewonnen und sich wieder mal den Pokal geholt. Das macht drei Siege in Folge für die Leute von der Sicherheit. Außerdem sind die Phantoms noch auf der Suche nach Spielern. Wenden Sie sich wie immer an Mr. Sakura in der Besatzungseinrichtung, um Zeit im Fitnessbereich zu reservieren oder sich anzumelden. Geil, ne Clue Cannon. Finde ich gut. Ein Gegner, der mir gleich auf den Sack geht, Alter, wenn ich hier raufkomme. Überhaupt nicht gut. Und jetzt finde ich diese Drecks Taser Pistole, Alter. Da hätte ich da gleich von Anfang an durchgekommen. Und ich bin immer noch scheiß verletzt, Mann. aber das möchte ich nicht noch schützen. Wo? Das ist eine goldene Kille. Sicherheitsmitarbeiter. Ach, geil. Her damit. Fluchkapsel-Fabrikationschip. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Okay, 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 okay. Oh, da ist auch so ein Steuermodul. Nein, warte, ich muss erst die ganze Scheiße ver... Warte, hier. Verrecyceln. Du kommst mit rein, du kommst mit rein. Dich behalte mal. Du kommst mit rein. Anti-Red kommt mit rein. Automatisch sortieren. Passt so? Noch irgendwas? Passt da. Was ist das? Disruptor-Batterie. Kutzeln. Äh, okay. Start. Blub, 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 blub. Oh, erzähl mir, dass du jetzt hier irgendein so ein Ding hast. So eine Scheiße. So, was haben wir hier? Verschüttete Chemikalien. Es hat einen kleinen Unfall in meinen Terminal gegeben, bei dem eine Chemikalien vergossen wurde. Es ist ungefährlich, deshalb hat das Reinigungsgib gesagt, dass ich mich an sie wenden soll. Okay. Robin Murphys Wohnkapsel. Können Sie bitte täglich vorbeischauen und bei Robin Murphys Wohnkapsel selber machen? Seine Kollegen sind inzwischen ziemlich empfindlich, was seine Hygiene angeht. Okay, danke. Köpfe werfen. Spielen Sie zufällig Basketball, lassen Sie es mich wissen. Falls, ja. Ist Ihnen ein Aktenkoffer aufgefallen, als Sie es in die Lounge gereicht haben? Es ist wichtig, wenn Sie es einen sehen, geben Sie mir bitte Bescheid, bevor Sie jetzt jemand anderem sagen, er soll sich für Sie lohnen. Ah. Nimm mir leid meinen Arbeitsberecht, Quill, lieber. Können Sie sich bitte darum kümmern? Ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Hallo Claire. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, gehe ich nächste Woche ein Molekularküchenparty und bräuchte bis dahin Ihre Hilfe, um meine Anrichten gründlich zu reinigen. Wenn Sie das für mich tun könnten, würde ich Ihnen zu einem Dank ein paar Gerichte exklusiv zubereiten, bevor ich Sie auf die Karte setze. Was halten Sie davon? Geil, lauter sinnloser Scheißdreck. Da ist noch ein Steuerungsmodul. Und ich blub mir immer noch die Scheiße aus dem Leib. Oh Gott, die Beschädigungsstufe steigt wieder. Oh, fuck. Komm ich hier irgendwo durch? Oh, ich hab fast gar Muni mehr. Inventar 13. 3 hab ich. Das ist so, ich kann mir genau eins herstellen. Hurra. Zack. Äh. Oh. Reaktiviere Tor in... Drei, Zwei, Eins, Typhon Material entdeckt. Achso. Okay, da ist so ein Ding, da gehen wir nicht rein. Die Viecher sind scheiß stark, man. So eine elende Scheiße. Aber ich habe wenigstens den Typen freigeschalten. Und finde zehn Fabrikatorpläne. Wir können die Mombas immer noch zurück... fortfahren. Simulation zurücksetzen. Äh, achso. Weil die es jetzt nicht geschafft hat, ne? Hm. Ach, deswegen heißt es, wenn man... Es gibt eine Folge, wenn man mit allen fünf gleichzeitig entkommt. Also einen nach dem anderen. Ah. Machen wir da dann erstmal weiter. Fortschritt ansehen. Okay, wir machen jetzt speichern und verlassen. Aber ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das sind dann zwei Folgen, aber das seht ihr dann sowieso. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Yeah. Leine.